hallo leute und herzlich willkommen zu meinem kanal ich bin mirias phantom und ich wollte jetzt keine kleine ankündigung mehr machen sondern eine wirklich sehr große die die let's place umfasst die den kanal umfasst und wie es bei mir weitergehen wird zum ersten punkt die das place sie werden jetzt nicht mehr weitergeführt weil zuschauer rate ist null keiner guckt von daher sicher auch nicht einer jetzt große mühe zu machen das ist auch klar auch aufgefallen meint du wofür machen möchte wir haben wollen seine spaß aber wir wollen auch das sehen dass es irgendjemanden interessiert wenn es keine interessiert ja dann ist es halt so wir werden uns anrichtung spezialisieren es wird man ja vorstehen geben da werde ich ein paar seiten auszeigen so 23 wenn ich den inhalt ist so grob den inhalt erzählen worum es in dem manga geht welche alters welche alters beschränkung es gibt und heute eine opte auf empfehlenswert ist aber nicht empfehlenswert ist die man die voranstellen werde habe ich alle die draußen gelesen wer hätte auch den preis sagen wie toll die sind wer die anzahl sagen die es gibt für die bücher auch einfach alle mal zeigen also wenn sie mir egal sozusagen stehen das soll jetzt sagen nicht liegen es wird in minecraft zu dem millionär mod ein kleines let's show geben zu einer bestimmten stadt die ich dort mal wissen mal was zurecht gebastelt hat damit ihr euch mal und diesen mod was vorstellen können weil leider mein minecraft lp nicht sagen gegangen ist dass man da groß was sehen konnte ich werde auch von zeit zu zeit wenn ich mal einen guten kanal finde oder so gegen vorstehen da werde ich gleich wahrscheinlich noch ein video zu machen das war auch alles will ich erst mal jetzt ich habe neues intro an alles ja ich bin mir jetzt von turm ich hoffe ihr empfiehlt mich weiter empfiehlt auch die angesagten kanäle bei mir weiter bis dann viel spaß ich bin mir jetzt von turm tschüss und